so leider da sind wir wieder beim mann mit knallkopf naja ich würde sagen der der den skin erfunden hat der hat auch einen knall im kopf auf jeden fall betonen 500 um die leute zu zwingern ist ja gut aber ich persönlich feiere absolut gar nicht aber warum nicht betonen von 1500 grünes plastik jetzt graues plastik und rotes platz ist plastik für 403 tarnungen ist okay finde ich ein spielzeug trooper ja kann man echt nicht schmecken für 800 verschiedene stile kann man nichts sagen ging also weiß das kind kann man nicht so sagen auch hier plastik patrouille männliche version kann man auch nicht sagen auch verschiedene stile 800 wie gesagt 800er skins leute sind nie verkehrt dann machen wir weiter mit mecha team ist jetzt nicht so der burner finde ich für 500 mecha anführer ist auch nicht jetzt so sieht der geil aus in der farbe aber so keine ahnung so finde ich den nice aber auch viel zu fett das kinder weg blicken der mode für 1600 muss man sagen ist echt nicht teuer für 1600 kann man echt nicht schmecken muss ich ehrlich sagen dann die klingen die combo klingen 800 ja ich würde sagen 500 hätten da auch gereicht aber was als 800 muschers gehen für 2000 was das da soll man die weibliche version sieht geil aus der männliche finde ich persönlich nicht so so nice stil vor schau kann man die maske weg machen oder ganz ohne helm aber auch das finde ich viel zu fett die schulterteile sonst wäre das genau ok aber krasser spalt auf 800 da 500 hätten auf jeden fall gereicht knie klatscher dann noch billy bouncer 500 kann man auch nicht meckern und dann setz dich doch für 200 den muss man im inventar haben den muss man einfach haben wenn man kreativ wartet muss man den haben so leute das war es mit dem shop video wenn ihr mich kostenlos unterstützen tracke mein kreator gut für nächstes sein auf ihre dann sehen wir uns morgen im stream haut rein